Hey, ich bin Yves von Differtrain4life und im heutigen Video schauen wir uns die Toast-to-Bar an. Toast-to-Bar, wir hängen an der Stange und wollen die Füße bis oben zur Stange bringen. Das machen wir auf verschiedene Arten und Weisen, entweder mit Schwung, dem sogenannten Kipp, oder ohne Schwung, quasi strict, so wie im letzten Video bei den strict Pull-Ups, würde das strict dann immer ohne Schwung und Kipp oder Kipping mit Schwung zu arbeiten. In dem Video zu dem Toast-to-Bar arbeiten wir in zwei Teilen. Heute in Teil 1 kümmern wir uns um Kipp-Swing und Knee-Race. Später dann in Teil 2 kümmern wir uns um stricte Varianten vom Toast-to-Bar, sowie dem kompletten Toast-to-Bar vom Boden oder vom freien Hang bis die Füße oben zur Stange kommen. Für den Toast-to-Bar brauchen wir immer eine Stange, an der wir frei hängen können. Das ist wichtig, besonders bei den Kipping-Varianten, die wir heute bearbeiten, denn nur dann können wir wirklich frei an der Stange schwingen. Ihr wollt auf keinen Fall die Füße am Boden haben. Das kann euch nur behindern während der Bewegung. Also beginnen wir mit dem Kipp-Swing. Ihr braucht eine Stange zum freien Hang, die finde ich über mir. Springt an die Stange heran, hängt mit den Füßen geschlossen und den Füßen gestreckt. Von hier öffnet ihr die Schultern und schließt die Schultern. Ihr seht vielleicht im Video, es ist eine sehr kontrollierte Bewegung. Wir haben eine Bewegung, die nur aus der Schulter kommt und der Rest des Körpers folgt dem Ganzen. Desto weiter ich die Schultern öffne und schließe, desto größer am Ende die Amplitude der Bewegung. Noch einmal mit mehr Geschwindigkeit. Desto weiter ich meine Schultern schließe, desto höher komme ich im Kipp-Swing. Schon an sich recht anstrengend, wenn ich wirklich auf die Körperspannung achte und meinen ganzen Körper festmache. Dann haben wir keine lockere Pendelbewegung, sondern eine feste Kippbewegung. Und dieses Kippmoment ermöglicht es uns, die Knie hoch zur Brust zu bringen. Aus dem Kipp wollen wir jetzt also den Knee-Race entwickeln. Wir kippen ein paar Mal, ziehen dann die Knie mit zur Brust. Kipp eins, zwei und Knie eins, zwei, drei. Am Ende mache ich nichts anderes, als in der Rückwärtsbewegung des Kipps die Knie mit ranzuziehen. Idealerweise findet ihr hier einen schönen Flow, der es euch ermöglicht, in einem Rhythmus durch die Übung zu arbeiten. Das waren also die dynamischen Knee-Races in Verbindung mit dem Kippswing. Folgen wir als nächstes zum Strict Work. Das bedeutet, wir wollen ohne Schwung mit Kraft arbeiten. Dafür brauchen wir viel Kraft aus den Armen, aus dem Rücken und aus dem Rumpf. Ihr braucht wieder eine Stange, an der ihr frei hängen könnt. Ich nehme wieder meine bewährte, freier Hang von der Stange und dann Füße wieder gestreckt, Zehenspitzen vor euch. Nur mit Kraft die Knie so hoch ihr könnt und wieder runter. Worauf ihr achtet, ist das nach hinten lehnen. Idealerweise ziehe ich meine Knie nicht nur hoch, sondern drücke mich noch leicht aus den Armen nach hinten. Das ermöglicht es mir, meine Hüfte wirklich nach oben zu bringen. Es ist entscheidend dafür, meine Füße irgendwann auch zur Stange zu bringen. Der komplette Strict Toast-to-Bar startet dann aus dem gestreckten Hang und endet mit den Füßen an der Stange. Zack, und wieder nach unten. Und vielleicht seht ihr schon, ohne dass ich mich nach hinten drücke, habe ich keine Chance, meine Füße überhaupt so weit nach oben zu bringen. Tipps zum Toast-to-Bar, wenn das freie Hang noch nicht ganz klappt oder wenn ihr einfach keinen Rhythmus findet im Kipswing. Zwei Dinge. Jetzt braucht ihr eine Stange, an die ihr aus dem Stand herantreten könnt. In meinem Fall hier der Nachbar. Ich komme hier aus dem Stand gut ran mit gestreckten Armen. Und als erstes kann ich hier üben, mich nur mit den Armen von der Stange wegzudrücken. Ich springe nicht ab, sondern übertrieben würde ich jetzt versuchen, die Stange zur Hüfte zu drücken. Die ist aber angeschraubt, also bewegt sich mein Körper weg von der Stange. Von hier die Arme jetzt gedacht zur Hüfte. Und so bekomme ich erstmal ein Gefühl dafür, was ich tun muss an der Stange, um mich überhaupt wegzudrücken. Dann lernt ihr auch, dass es sehr viel Schulter- und Rückenkraft erfordert, um diese Bewegung auszuführen. Darauf aufbauend kann dann auch der Knee-Race erfolgen. Startet quasi an der flachen Stange, Füße vor euch und gestreckt. Drückt euch weg. Eins, zwei. Und dann kommen die Knie genauso hinterher, wie im freien Hang. Hier habe ich den Vorteil, dass ich immer die Sicherheit des Bodens habe. Das Hängen nicht am Ende der limitierende Faktor ist. Und ich schön konstant die eine Übung üben kann, um zu verstehen, wie kann ich überhaupt diesen Schwung für den Toast-to-Bar erstmal aufbauen. Ich hoffe, die Tipps helfen dir, damit auch du bald deine Stange, deine Stange, deine Füße bis zur Stange bekommst. Und viel Erfolg bei der nächsten Progression. Wir sehen uns in Part 2 vom Toast-to-Bar-Video wieder. Danke für deine Zeit und dass du dir das Video angesehen hast. Vielen Dank.